Ciao da Maria! Bist du jedes Mal enttäuscht im Urlaub oder im Alltag in Italien oder wenn du eine Ferienwohnung hast, dass du dich immer noch nicht mit den Einheimischen unterhalten kannst? Nicht mal die kleinsten Dinge? Du verstehst kaum und weißt gar nicht, was du antworten sollst und fühlst dich jedes Mal schlecht dabei? Es muss doch langsam anders sein. Wenn es dir so geht, dann komm zu mir in den Small Talk. Ich habe ein tolles Angebot kreiert mit zwei tollen Lehrvideos, mit tollen Lernunterlagen und einem Quiz und ganz sensationell, du bekommst von mir 90 Minuten kostenlosen Unterricht dazu. Danach wirst du dich unterhalten können. Zwar auf einfachste Weise, aber du kannst dich unterhalten. Va bene! Dann lern auch noch Gleichgesinnte kennen und dich auszutauschen. Wir freuen uns alle schon auf dich. Ciao da Maria, sei dabei!